Sie sind Führungskraft oder sogar der Inhaber in einem Unternehmen und haben beschlossen, Prozessmanagement einzuführen? Aber wo fängt man denn an? Und welche Aufgaben haben Sie als Unternehmer und als Unternehmensleitung? Und was sollte man tunlichst vermeiden? Das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Sturter und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Sie wollen Prozessmanagement einführen und jetzt stellen Sie sich die Frage, was Ihre Aufgaben als Unternehmensleitung bei diesem Vorhaben wirklich sind. Damit die Transformation Ihres Unternehmens hin zur Prozessorientierung wirklich erfolgreich wird. Gleich zu Beginn ein Punkt, der wirklich ein bisschen schwierig erscheint, aber ganz besonders wichtig ist. Sie sind Teil des Systems. Sie sind Teil Ihres Unternehmens und daher gilt Prozessmanagement auch für Sie. Also nicht nur für Ihre Mitarbeiter oder für die nächste Hierarchieebene nach unten, nein, auch für Sie. Selbst wenn Sie Vorstand eines sehr großen Unternehmens sind und wenn Sie mir jetzt gerne virtuell entgegenrufen, Sie als Geschäftsführer oder Unternehmer oder Vorstand haben doch gar keine Prozesse, dann muss ich Ihnen jetzt leider widersprechen. Doch, auch Sie haben Prozesse, die Managementprozesse. Und damit mein Punkt klarer wird, teile ich mit Ihnen folgende Begebenheit aus meiner Beratungspraxis. In einem größeren Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung hatte der Finanzvorstand genau so argumentiert. Er hat ja keine Prozesse. Ich habe ihn gebeten, ob wir gemeinsam einmal seinen Kalender durchsehen könnten. Und er gab mir dazu die Gelegenheit. Das fand ich super spannend und war vor allem ein sehr großer Vertrauensbeweis für die enge Zusammenarbeit. Und laut seinem Terminkalender hetzte er von Meeting zu Meeting mit den unterschiedlichsten Terminen und Teilnehmern. Ob das Bürgermeister von Städten waren oder von Gemeinden oder mit wichtigen Lieferanten oder mit Wirtschaftsprüfern oder Sonstiges. Und auch die Themen dieser Meetings waren alle vollkommen unterschiedlich. Da ging es mal um Ablösezahlungen für die Nutzung von Gemeindeflächen, einmal um Preisverhandlungen mit wirklich sehr, sehr großen Bestellungen oder um das Testat eben unter der Bilanz nach dem Jahresabschluss. Und alles schien völlig einzigartig und nicht repetitiv, also so dass man einen Prozess irgendwie daraus machen könnte. Und ich habe dann gefragt, wie er eigentlich seine Meetings durchführt. Also nicht, was die Themen sind, die vielen, sondern wie er das immer jeweils angeht. Und nach dem kurzen Reflektieren konnten wir also folgende Schritte herausdestillieren. Er bekommt von den Experten zu einem Thema einen Foliensatz als Vorbereitung auf das jeweilige Meeting. Dieser Foliensatz kommt oftmals auf den allerletzten Drücker. Und da sehen Sie auch schon vielleicht Schwierigkeiten, die hier drin sind. Also relativ knapp von der Zeit her, um sich vorzubereiten. Diesen Foliensatz zieht er sich dann entsprechend durch und macht sich Randnotizen zu den Punkten, die ihm ungewöhnlich erscheinen. Also inhaltlich voll durchdringen kann man sowieso nicht, weil man davon vom Tagesgeschäft meistens zu weit weg ist. Aber die zumindest ungewöhnlich und nachfragewürdig erscheinen, gab es eben entsprechende Notizen. Und daraufhin fragte er dann bei seinen Experten eben anhand seiner Notizen nach, um sich sein eigenes Verständnis über diesen Sachverhalt zu erarbeiten und ungefähr zu wissen, wie er in welche Richtung entsprechend agieren möchte. Und aus diesem Bild formte sich bei ihm geistig eine Meinung, die er an der Hausmeistermeinung, was die Experten so gesagt haben, gespiegelt hatte. Und hat dann eben geschaut, passt das zusammen oder möchte er das irgendwas anderes haben. Und wenn es eine unterschiedliche Auffassung gab, dann hat er wiederum bei den Experten eben nachgefragt. Und schlussendlich ging er so vorbereitet in seine entsprechenden Meetings. Und diese Art der Vorbereitung wiederholte sich bei allen Besprechungen, an denen dieser Finanzvorstand wirklich daran teilnahm. Das war also sein persönlicher Vorbereitungsprozess für wichtige Besprechungen. Und der Punkt hier ist, und darum habe ich diese Erfahrung aus meiner Beratungspraxis jetzt mit Ihnen geteilt, der Vorstand war nicht im Prozessdenken geschult. Denn das Denken in Ablaufketten von Tätigkeiten ist uns ja nicht angeboren, sondern das müssen wir erst erlernen und einüben. Also diese Kette quasi, er bekommt einen entsprechenden Foliensatz, er guckt sie an, macht die Notizen, hat Rückfragen, das wird dann beantwortet, er macht sich seine Hausmeinung und dann geht es weiter in die Meetings. Genau diese Kette ist eben genau dieser Ablauf, den man sich erst herauskristallisieren muss durch Übung. Und wenn ich am Anfang sagte, auch Sie sind Teil des Systems in dem Unternehmen, in dem Sie arbeiten und wirken, dann sollten Sie auch in diesen Ablaufketten denken. Daher leben Sie dieses Denken vor und fördern Sie das bei Ihren Mitarbeitern. Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe für Sie als Unternehmensleitung bei der Einführung von Prozessmanagement. Sie müssen jetzt keine Modelle malen oder Prozesslandkarten erstellen oder sonst irgendwas, sondern in dieses prozessorientierte Denken reinkommen, das Vorleben. Das ist also ganz wichtig. Und die zweite zentrale Aufgabe ist die Verwendung und Nutzung des Prozessmanagements. Wenn Sie von Ihren Mitarbeitern mit einem Problem konfrontiert werden, wo es eine Entscheidung braucht oder irgendwas entsprechend an Sie eskaliert wird, dann nehmen Sie die Prozesslandkarte zur Hand und fragen Sie nach, an welchem Prozess dieses Problem eben auftaucht. Und vielleicht kann man bereits eine Ebene tiefer gehen und das Problem bei den Teilprozessen verorten, denn oft ist es ja nicht der gesamte Prozess, der problematisch ist, sondern nur ein ganz bestimmtes Teil dabei. Und fragen Sie da auch nach Prozesskennzahlen zu diesem problembehafteten Prozess. Also, wie lange dauert das? Wie gut ist irgendwas? Gibt es irgendwelche Fehlerraten? Welche Art von Fehler taucht denn wirklich auf? Kann man die vielleicht klassifizieren in entsprechende Fehlerarten zum Beispiel, damit man mit diesen Daten besser arbeiten kann und dann auch den Prozess und das Problem in dem Prozess nicht nur qualitativ beschrieben bekommt, sondern eben auch quantitativ. Und damit sind wir schon bei der dritten Aufgabe für Sie als Unternehmensleitung. Setzen Sie Prozessziele, die der Prozess erreichen muss. Die dürfen auch gerne sportlich gesteckt sein, denn nur wenn das Ziel mit Anstrengung erreichbar ist, am Anfang vielleicht zu weit weg erscheint, fördern Sie die kontinuierliche Prozessverbesserung. Und zwar nicht heuristisch mit der Glühbirne über dem Kopf, Bing, ich habe eine gute Idee, wir könnten mal das und das machen. Nein, aus den Kennzahlen heraus kommt zum Beispiel, dass man schneller werden muss oder dass Rüstzeiten verkürzt werden müssen oder dass eben Ausschussquoten verbessert werden müssen. Das sind alles Verbesserungen getrieben aus Prozesskennzahlen. Und wie man Prozessziele wirklich setzt, das habe ich hier mal in diesem Video verlinkt. Schauen Sie mal rein, da gibt es ganz viele Tipps zum Thema Prozessziele. Die vierte Aufgabe als Unternehmensleitung wäre, Prozessverantwortliche zu benennen, die wirkliche Gestaltungsfreiheit für den jeweiligen Prozess bekommen. Jeder Prozessverantwortliche bekommt zur Erreichung seiner Prozessziele ein bestimmtes Budget. Also dieses Budget kann man alles in Euros umrechnen. Auch Mitarbeiter, die in dem Prozess arbeiten, kann man letztendlich über ihr Jahresgehalt in Euros umrechnen. Und von diesem Budget muss er dann eben seine Prozessmitarbeiter bezahlen, also die Gehälter bezahlen. Er muss Vorleistungen einkaufen, er muss vielleicht Material einkaufen und Ähnliches. Dafür hat er aber auch die Gestaltungsfreiheit, seinen Prozess nach Belieben zu designen und entsprechend zu ordnen, strukturieren. Er muss nur seine Prozesskunden, und zwar egal, ob das jetzt interne Prozesskunden im eigenen Unternehmen sind oder externe Kunden tatsächlich draußen, die für die Leistung was bezahlen, zufriedenstellen. Und das ist der ganz wesentliche Punkt. Der Prozesskunde definiert die Qualität und die Leistungsfähigkeit des Prozesses, nicht derjenige, der den Prozess selber steuert und führt. Wenn Sie sich näher mit der Rolle des Prozessverantwortlichen beschäftigen möchten, habe ich auch hier nochmal ein tolles Video für Sie verlinkt, wo die ganzen Details nochmal genauer beschrieben werden. Die fünfte große Aufgabe für Sie als Unternehmensleitung ist es, den Einklang zwischen Aufbauorganisation und Ablauforganisation herzustellen. Aber vor dieser Aufgabe scheuen sich sehr, sehr viele Unternehmenslenker. Das Organigramm anzufassen, das ist mein wirklich radikaler Ansatz, schaffen Sie es ganz ab. Das machen wirklich nur die allerwenigsten, ist aber ein relativ großer Hebel für mehr Effizienz im Unternehmen und vor allem für Klarheit im Unternehmen. Wenn die entsprechenden Prozessverantwortlichen in der Ablaufkette auch tatsächlich die Führungskräfte sind, die disziplinarisch und fachlich den jeweiligen Prozess mittlerweile vorgesetzt sind, dann läuft der Laden. Und wenn dieses Ablaufdiagramm mit dem Organigramm, wo es dann Abteilungen gibt, wie zum Beispiel Vertrieb oder Marketing, eben nicht zusammenpassen, dann gibt es eben oft dieses Silo-Denken, dass das Marketing und der Vertrieb sich gegenseitig in die Haare bekommen. Wer Lust auf radikales Prozessdenken hat, kann sich ja mal dieses Video ansehen. Da habe ich das Ganze nochmal aufgegriffen, gucken Sie da mal mit rein. Kurz zusammengefasst, akzeptieren Sie, dass Sie ebenfalls Prozesse haben als Unternehmensleitung und damit Teil des unternehmensweiten Prozessmanagements sind. Fördern Sie das Prozessdenken, leben Sie Prozessdenken vor, indem Sie Prozesslandkarten und Ablaufdiagramme selbst verwenden. Sie müssen sie nicht erstellen, aber verwenden Sie sie. Fragen Sie nach Kennzahlen der Prozesse, setzen Sie Ziele für die Prozesse, geben Sie dem Prozessverantwortlichen umfassende Gestaltungsfreiheit und bringen Sie die Aufbau- und Ablauforganisation in Einklang. Das sind Ihre Aufgaben wirklich als Unternehmensleitung. Wie sehen jetzt Sie das? Haben Sie vielleicht Ergänzungen oder Fragen zu diesem Video? Dann ab damit in die Kommentare. Ich freue mich auf Ihr Feedback zu diesem Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder. .